Starten. Geht das immer noch weiter mit anderen Sachen jetzt? Geht das nicht? Ja, das Russen gefällt mir nicht. Okay, wir spielen anscheinend wieder 9S. Okay. 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 Tschüss. Der letzte große Einsatz. ok was das ist okay gut letzte große schlacht das ist das alles ich hätte sie die ich hätte sie die ok Okay. Okay. Reduziende Einheiten. Was? Noch mehr? Ja, das ist jetzt so. Nicht töten. Okay. Okay, also jetzt erstmal hier hin. Steht genau davor, oder? Ich glaube, was hat es mit diesen Riesendingern hier zu tun? Ja. Gut, ich bin also höher. Von hier oben können wir also soweit nichts sehen. Nein. Au. Oh, nochmal click-up. What? Die Auswirkungen sind die normalen Beispiele, also bitte bemerkbar. Aber wenn man die Auswirkungen befindet, wird ein Marker bemerkbar. Was, ich glaube, sie sind immer wieder zufrieden. Was hat das denn bitte gerade? Ihr Großer. So. Okay, also hier unten befinden sich aktuell gar keiner. Hier muss irgendwo einer sich befinden. Gut, falsch ist das so. Entweder hier oder da oben. Woher soll ich denn da hochkommen? Obwohl, ich glaube, ich weiß wie. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich nehme mal den großen hier dafür. Und da kann ich runterfallen, Arschloch. Doof. Ich gehe es mal wieder hoch da. Da hinten ist doch was, oder? So. 71%. Der andere ist da oben drauf denn, würde ich sagen. Oh. Blö, wenn es oben drauf sein soll, wie soll man da denn hinkommen? Ah, okay. Was zur Hölle. Guten Tag. Okay. Jetzt glaube ich wohl das Ding da oben. Schauen wir es mal hoch hier. Jupp. Ah, man muss da drüben sein. Ah, ich muss das nicht machen. Nein, es. Was? Wenn du in der Kiste bist, dann bitte von der Kiste. Das ist ja, ich kann nicht helfen. Du hast einen Schwerner-Modell wie ein Schwerner-Modell ist, ist das nicht. Was? Du hast mich überrascht? Nein, ich bin nur auf dem Kiste. Das ist so schlimm. Okay, deswegen sind die kleinen Dinge da. Das ist ein Ventilator. Fernsteuern. Guten Tag. Boing. Boing. Doing. Boing. 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 Wollen wir schneller hier. Ohne runter zu fallen, bitte. Geht das? Nein. Ah, jetzt geht das. WTF? Aua. Aua. Ah, jetzt ist ein anderes Feld hier. So geht aber. 28 Prozent. Ohne das ist ein bisschen. Das ist alles fertig. Was ist das? Das ist das? Das ist auch noch ein Stück. Entschuldigung. Und dann, wenn wir die Bunker zurückkommen, dann können wir uns die Daten verabschieden. Ich habe es vergessen. Du hast die Daten, dass es nicht möglich ist. also können wir die ganzen Scanner-Modelle nicht verabschieden. Entschuldigung. Wenn wir diese Daten beendet haben, dann können wir das. Ich versuche es. So. so muss ich da hinten hin hier durch diese musik Entweder sehe ich den gerade nicht. Da oben. Geht das? Nö. Danke. So, der ist auch erledigt. Da ist es nicht. Ah, hier, das nehme ich mit. Trifte ich mit dir am feinbarten Ort. 13% sind aber noch freigestellt. Hm. Oh, falsche Tasse. Ich bin mal gespannt, was echt alles... Hm, was? Ist hier oben? Wo ist sie denn? Ähm. Ich sollte mich doch mit dir treffen. Jetzt kommen irgendwelche... Raketen? Oh, hier spiel sie. Ähm. Ich habe die Netzwerke, Adam und Eve, gegründet. Diese Begründung ist ein großer Schritt für die Welt. Ich bin der Welt der Menschen mit der Freude. Ich hoffe, dass die Menschen in den nächsten Jahren noch mehr zu sehen. Ich bin der Welt der Welt. Naja, ob diese Menschheit das verdient hat wirklich? Ich sehe nichts. Aber wenn angeblich ja, wie gesagt, die Menschheit ausgelöscht sein soll, wer waren denn die, die in den Lagern waren? Etwa kleine Menschen? Aua. Tschüss. Ich kann nicht mehr schießen. Tschüss. Ich mag diese Ausrüstung von ihr nicht. Gorilla-Einheit? Okay, also ich kenne jetzt wieder mit ihr Kämpfen anscheinend. Aber... Waffen. Da hat sie nämlich das... Alle Waffen mit ausrüsten. Da habe ich das. Spittleine Schwerter. Nehme ich das mit dazu. Egal. Wo gehen wir denn jetzt erst jetzt hin? Was? Was ist da gerade eben abgestürzt oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Boah, wie viele sind denn das? So für 20? 57? Ah ja. Warum ist das so langsam? Hallo? Da hin. Das gefällt mir, das liegt irgendwie an einem Schwert. Ah, okay. Das liegt dann den da. Ausrüsten. So. Das sieht doch schon besser aus. Oh. So für 49. Das ist doch mal unschlecht. Äh, 49 nicht 150. Ja. So. Ja. Au. Ja. Oh, okay. Wir werden alle Maschine jetzt voll durchdankt. Leben, Stufe 60! Lieber alle in der Triegen gegenlaufen müssen hier nicht sehen. Ah, der ist erledigt. Eine Maschine lebt die noch? So. So. Vielen Dank, dass wir uns auch wiederholfen. Wir sind nicht so schlecht. Die報告 ist wichtig. Die EVE-Netzungen der EVE-Netzungen verletzten, was die EVE-Netzungen verletzten? Wie ist die EVE-Netzungen? Wir werden nur in den Kriegen. Bis zum nächsten Mal.